Musik Leg mal, leg mal mit dem Kopf. Mit dem Kopf so zum Takt. Willst du die Beide kritzen? Nee, nee, das geht schon. Nur er muss. Ist ja nett, dankeschön. Nur er. Erinnerungs-Köche hier. Ich bin ausatmend. Willst du diesen Knopf zumachen auch? Dass es besser aussieht? Sieht doch gut aus dem Anzug, ne? Sieht doch gut aus dem Anzug, ne? Ja, 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 ja. Weil man das selten sieht. Ja, Jugendliche. Das war ja früher, wenn ich am Zaun zieh spazieren ging, war immer irgendwie hübsches Bild. Und heute ist es eben bloß noch immer salopp. Sehr salopp. Nein? So wie ich mit Lea-Jackern. Naja, ich meine es nicht. Aber wie die weiter rumlaufen, also so halb nackig. Ja, nee. Wo es rausfällt. Nee, das ist nicht schön. Das finden wir auch nicht gut. Aber jedenfalls ist sie keine Andacht mehr, nicht? Nee. Nicht mehr, ist jetzt zu, ne? Haben sie die eine Tür noch freundlicherweise aufgelassen? Oder vielleicht vergessen. Vielleicht vergessen, die zuzumachen. Vielleicht auch vergessen, die zuzumachen. Ach so, das kann ich natürlich auch sagen. Warte mal. Naja, heute war es sehr spät. Manchmal zu 6 Uhr habe ich ja manchmal Glück. Mhm. Eine junge Frau, die kommt ja wirklich jedes Mal immer, geht still. Ich hab mich da unterhalten. Und welchen ist offen? Okay. Und sie kommt immer bloß zur Andacht da vorne hin, dann geht sie wieder raus. In welche Zeitung wollen Sie rein? Hm. Das ist eine gute Frage. Bild-Zeitung glaube ich nicht. Ja. Ja. Stern auch nicht, Spiegel auch nicht. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich dachte erst, sie sind Pfarrer. Echt? Pfarrer? Klingt gut, ne? Na ja, nun. Die Klipps und Graben, ne? Wer ist ein jüdischer Pfarrer dabei, glaube ich, ne? Nein, dann wünsche ich einen schönen Feierabend, ne? Ja, Ihnen auch. Ja, ich hab mich zu lange rumgetrieben bei Karstadt. Wenigstens was Gutes bekommen? Das ist der Donnerstag, weil ich vergessen hab, dass es Donnerstag ist, ja? Was Gutes eingekauft? Na ja, also eigentlich zum Schluss hab ich wieder wie immer Fischstäbchen gekauft. Nur Fischstäbchen? Ja, ja. Von? Fischstäbchen zum Marke. Von? Was? Von wem sind die Fischstäbchen? Von Iglu? Iglu, ja, ist meine Marke. Von der Werbung beeinflusst? Ne, weil ich die Panierung mache hier auch, weil ich die nicht mag. Ach so. Da hol ich immer das bisschen Fisch raus. Bin mit Fisch groß geworden, weil es billig war früher. Mhm. Da hab ich jetzt gewohnt mit Muttergröße Tasche. Mit Bewehen, ja? Ist das mit Bewehen drin? Ja, ist mit Bewegung. Hast du? Hast du? Dann braucht man nicht unbedingt ganz steif und still zu stehen. Nee. Geh mal richtig in die Mitte. Dann singen Sie mal auch eine Arie dabei, damit Sie hören. In die Mitte. Machen Sie ruhig drauf, damit man Ihre schöne Zähne sieht. Ja. Ja. Singen Sie mal ein Lied. Ne, jetzt nicht. Und dieses, die Hände verschränken so zusammen. Ne, zusammen. Genau. Ach so, dann denkt jeder, der betet. Kreuz kann man aufschlagen. Ja. Noch ein Kreuz. Ich noch. Mach die Hände zusammenschlagen und mach dann im Takt... Ne, im Takt nicken. Was ist ein Takt beten? Wir machen ja einen Film, nicht? Wieso im Takt beten? Nicken. Aha. Aha. Dann brauch er bloß noch die Kutte um, dann denkt er Papst. Das ist er jetzt schon. Mach nur Lippen synchron, den Anfang vom zweiten Part. Aha. Na bitteschön. In deutsch und englisch bitte. Und Hände nochmal zusammen so? Genau. Und wo kann ich den bewundern nachher? Im Film? Im Internet nur. Wie? Im Internet. Im Internet habe ich noch nicht. Machst du den Anfang vom ersten Part? Mach so, mach ne weiter. Jetzt? Ja. Es gibt ja Leute, die können vom Mund ablesen. Ich hatte ja mit dem Blinden gearbeitet. Jahrelang. Und wenn er was beschrieben hat, habe ich ihn umgeschrieben. Weil er wirklich nochmal von seinen Knöpfen da ablehnen musste. Reicht, ne? Ja. Wen-Dee? Macho. Macho. Die.